da Okay, gut, gut. Das klang so, als wärst du aus dem aus dem Discord, äh, aus dem Internet wieder rausgeflogen. Ich glaube, Kurtenzik ist gerade auf K, aber Jane ist da. Jane, wenn du möchtest, kannst du uns über den Zuschauerrang den Voice sehen und dann kannst du gerne auch zu uns in den Voice rein und dann hörst du auch alle. Halli würde es jetzt genau in diesem Moment machen, wenn du möchtest. Sie hat sich freiwillig dafür angeboten. Nein! Ja, richtig, aber nie aus. Es wird mir nicht leid. Oha, hat er eine Bombe gehabt. Wobei, ich weiß nicht, ob Jane generell vielleicht, ich meine, wenn Jane sagt, ne, sie hat jetzt gerade die, die Internetprobleme hat, wäre das, glaube ich, ungünstig. Nimm das! Gut! Oh, geschnallt! Wär das, glaube ich, ich weiß nicht, also wenn Jane da jetzt vom Internet her ruhig auch in Voice reinhören kann, kommen kann noch zusätzlich und mithören kann neben dem Stream, dann klar gerne. Ich glaube, Bio ist wahrscheinlich auch noch echt, kann dann auch die Rolle geben. Aber dann halt erst, wenn Jane mag. Aber dann halt erst, wenn Jane mag. Ohne Scheife und Wippe, das Mario Kart zu spielen ist einfach göttlich. Einfach das Beste. Das ist... Warum wurde ich jetzt getroffen? Was war das jetzt? Bleib mir noch da hängen, hier. Na, ich habe meine Münze. Egal, war nicht, wo mich die Moritz hat. Jawoll, ich hab's ausgerutscht. Also, ein NPC, ne? Hier spielt keiner Daisy, oder? Ja, okay. Glaub ich. So, easy. Äh, ne, ich war schon im Ziel. Das ist Risaway der Vorteil, dass man auch hier, dass keiner von, also keiner von euch hier gehört wird im Stream. Okay, wir können fluchen, wie lustig. Naja, okay. Das vielleicht nicht, aber... Theoretisch? Das ist eine witzige Map. Also, hier in Mario Kart ist sie noch drin. Was, was... Achso, ähm... Achso, ähm... Achso, voice... Achso, Jane ist nur im Voice Chat. Ähm, hat Jane denn den Zuschauerrang? Okay, kannst du sie kurz rüberziehen? Du bist doch bestimmt am PC, ne? Das geht ganz schnell. Am Handy ist das ein bisschen doof. Achso, ja gut, klar. Jane kann auch einfach kurz... Achso, wir haben Mario Kart Voice. Also, wir haben jetzt kurz den Zuschauerrang gegeben. Dann siehst du jetzt noch einen zusätzlichen Voice, wo alle drin sind. Und da kannst du sogar reinkommen, dann hörst du uns alle. Du kannst halt... Was? Wie, was? Ansonsten kann ich, glaube ich, das gleich auch. Ich bin ja eh der erste Ziel. Nur reden ist, glaube ich, schwierig, weil... Ähm, ich das für Zuschauer dann halt deaktiviert haben, damit die Fahrer... Ruhe ab. Nein, ähm... Wieso, ich war doch ganz vorne alleine. Nur wirklich, das nervt zwischen bin ich aber... Nervt eigentlich auch nur und der Pferd nur mit, um mir auf den Sack zu gehen. Ich will gar nicht gewinnen. Siehste, guck mal. Siehste, der Pferd überholt mich, schießt mich ab und dann fährt er eine Banane rein. Jetzt sind wir wieder hinter mir. Hupen. Sag es! Wir wollen den Satz hören. Wer? Dödem. Ich hab... Ich hab... Ich hab keine... Ich hab keine... Oh, da lohnt sich auch nicht mehr zu bremsen. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Komm... Nein, nein, nein. Einfach nicht weg. Panik. Äh... Egal. Ich bin unvermeidbar. Einfach durchfahren. Nein. Ich glaube, ich esse Menschen. No, 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 no. Ich hab grad überlegt. Ach so, Pikachu ist wieder. Hör wegen. Wer ist denn da vor... Nein, honey. Oh, ich hab nur ne... Feuermelungen. Hahaha. Hahahaha. 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 Wusel. Ich tipp gar nicht. Das ist wippetisch. Hahahaha. Hahahaha. Ups. Diese Lachen... Upsi Mach da Hat da Nichts da Stay in position Ja das ist halt Und da stand nicht der Name drauf ne Ja das ist halt Ja das ist halt Boots! Das tut mir leid, das war einfach nur. Komm einmal noch. Ne, wir bittest, ne, wir nicht. Jawoll, danke Pikachu. Letzte Woche habe ich dich nur getroffen. Habe ich gar nicht gespielt. Spaß. Siehst du, egal was ich mache, schon wieder nach hinten. Wippet ist nicht getroffen. Wahrscheinlich Harley. Ich kann nach hinten werfen, wie ich lustig bin. Ich treffe einfach nicht nur Harley. Irgendwas macht Harley falsch. Oder wir bittest ausnahmsweise richtig. Ich schau wieder eine Blue Shell. Nein. 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 Also, ich glaube, ich glaube, das geht. Das geht. Schade. Ich wollte noch eine Green China hinten. Aber dann kam einfach... Ich habe generell... Ja, die Blitze, die kommen einfach immer im richtigen Moment. Das finde ich super, super krass. Ich meine, die Blue Shell wollte gerade einschlagen und dann Boots Blitz. Das ist halt... Das war... Das war... Das war... Witzig. Aber das ist doch cool, ne? Man sieht sofort, ne? Alle... Wir belegen die obersten fünf Plätze. Der Rest sind nur NPCs. Die nerven nur. Ne? Niemand ist schlechter als ein NPC. Das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass wir schon wieder Regenbogen sehen, ey. Ach ne, weißt du, mittlerweile würde das ein bisschen Farbe reinbringen. Zwischen den ganzen Regen. Nein. Weißt du, ich nehme mir mal Zufall. Easy. Voll gerne. Ja, bitte, ich mach mal Platz jetzt. What can I say? Ne, weiß ich nicht. Machst du das jetzt während der Fahrt? Ja komm, du kannst ja auch einfach, ich glaube, wenn, dann hau die Kanalpunkte da raus und sag einfach. Ja, dann nehme ich gleich BB Park und dann kannst du einfach in die Lobby dann gleich in der Lobby raushauen. Du brauchst ja jetzt nichts, dann weiß ich schon mal. Ich warte. Hm, enttäuschen. Ja. Ich blöch den, der da rauskontakt ist. Ich ne, ziehe du. Gut. Egal, mach ich jetzt. Tööööö. Ich glaub ja, Sarah bekam ne Nachrichten. Ich höre halt auch Sarah tippen. War das nicht Sarah, die mal laut tippte? Und dann gehe ich von aus, Sarah gehe ich noch eine Nachricht. Gut, ne? Oh, nenn mich Sherlock. Sherlock. Matty Holmes. Bau Turbo. Easy. So, also, Wibbit, das möchte Baby-Puck. Immerhin der Rest der Map muss das nicht alleine fahren. Pikachu, die Dame, die ihre Tastaturen erdeppert. Pikachu. Jetzt habe ich doch random gewählt. Upsi. Sorry, Abit, aber du hast auch gar nicht die Punkte ausgegeben. Also, Pech. Ich brauche bitte Zufall. Wenn über Zufall noch Baby-Park kommt, ne? Das würde ich feiern. Guck mal, war sogar Wibbit das Map. Ich brauche da auch mal ein bisschen, so ein bisschen Tapetenwechsel. Guck mal. Guck mal. Ja, das ist wohl scheiße. Also, ich kann Sarah zustimmen, das ist die scheiße Strecke überhaupt... Ich meine, was macht man hier? Man fährt einfach drei Stunden im Kreis, ey. ja das ist so das ist die mario kart version von russer schulett hier gewinnt man nicht hier hat man erst mal schade ich wollte euch gerade noch mit dem stern tippe nein wir können meine bombe man hat mir meine bombe geklaut und schnell durch hier vollspeed speedrun einfach reinge gut beste strecke gleich mal ganz leise so arme ich reißte sie aus lasse ich nicht ärgern sagen was ist denn los mit euch moment mal hat sarah hat doch gerade gesagt baby park ist so eine richtig beschissene strecke und field pb park wait a moment it's not a what and it's not about winning the game it's about sending a message oh boy Ich kann nicht sagen, wie du nicht abschießt. Jawoll, Blue Shell. Schade, wir bittes. Schade. Als Obst. Ja, genau. Kannste gar nicht rechnen. So, wenn wir das noch mal kurz durchziehen. Was denn? Weißt du was, wer wird das? Easy. Easy. Warum ist bei BP Park nicht volle Pampers als Bomben? Ihhh. Ihhh Pikachu. Das ist doch voll eklig. Okay. So, Upgrade letzte Runde. Feuern. Oh Gott. Shit nochmal, ne? Ich seh es schon, ey. Ihr und euer Baby. Was ist so los mit euch? Ich hasse Wibbitis. Ich hasse ihn so sehr. Doch, weil dann hätte ich kein Baby Park. Ich versuch... Nein. Aber das ist nicht... Aber Übitis ist... Ich hasse ihn immer mehr. Immer mehr. Weg Fabi. Mein Zolti Level ist auf... Maximum. Weg. Übitis. Weg. 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 Ich muss wieder Platz 1 werden. Auf dieser... Furchtbaren... 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 Ja. Aber erst mein Ziel auf Platz 1. Das sagt ja gar nichts. Das ist das Baby Park. Genau. Das ist ja so. Ja. Und dann auch noch diese Musik. Boah. Ich fäll durch, ey. Und dann dreht man... Also... Oh. Das ist falsch. Oh hey. Ich kenne das ja schon fast auswecht nicht. Die... Warum ist ein Kug family hier? Weil ich Platz 1 dann bin? Weg Wibbittis... Nebenwirkung... Ne. Es ist noch eine Runde. Wieso ist es noch eine Runde? Ey, das dauert so lange. Kack, Map... Nein, nein! BAM! BAM! Platz 1. Du hast keine Chance. Das ist meine Map. Easy. Ich sag doch. Keine Chance auf der Map. Was willst du tun? Beste Map. Guck mal, sogar Hadi hat mehr Punkte als du. Du hast keine Chance. Ich bin schon besser. Easy, easy. So, jetzt meine Map. Wieso seid ihr denn so grausam? Ich kann das nicht mehr sehen. Oh boy, ey. Keine Mati braucht ein neues Höchste. Wahrscheinlich, ey. Die Final Race. Jawoll, das sind schöne Worte, ey. Jawoll. So. Jetzt gleich. Feierabend. So. Hier wird es. Ist mir egal. Nimm das. So. Ah, ne. Ich sollte. Nein, was mach ich da? Ich fahr weiter. Wer wird es? Geweck? Geweck? Nein! Nein! Gettet. So weit weg ist hier immer immer die banane Ich bin einfach hier bei den netz WTF als ob so random Video von Sporn Nein, ich kann doch nicht so Ich bin auch eine Münze Noch mal so ein richtig salz Ich höre auch gar keinem voice Ich glaube, dann muss ich den mal kurz gucken Nein Nimm das Wer ist denn Platz 1 Schönen einfach rein, da einfach rein So, jetzt muss ich mal kurz gucken Test, test So, okay, jetzt höre ich euch wieder Das war gerade weird Habt ihr mich gehört? Gut Ja, mach ich auch mal, zack. Obwohl. Ja, schönes Leben, tschüss. Was machen wir denn noch? Machen wir noch mal, ähm, machen wir zum Schluss noch mal vier Runden? Wollen wir noch mal vier? Oder wie ist eure Motivation? Nee, ich würde mit keinem von euch spielen. Nee, würde man noch fehlen. Also, also in einem Team spielen, also spiele ich ja mit euch. Ich hätte Teams machen sollen, ey, wenn ich das schon sehe. Vielleicht hätte ich... Aber nee, dann kann ich euch ja gar nicht alle abschießen. Ich müsste ja dann wahrscheinlich trotzdem diese furchtbare Map-Kombination... Boah, ey... Fand ich schlimm, Matti. Was? Dass ich nicht... Dass man mich nicht im Voice gehört hat, ist vielleicht... Besser so... Besser so... Ja... Doch, doch, ich... Ich wüsste auch keinen Menschen, der... Ja, wovon wurde denn Wippetis getroffen? Egal. Nimm das, Charlie, nimm das! Ha! Wichtig, da! Take this! Nee, das war eine Ratchet, nur für dich. Echt ein Baby-Punk! Das ist alles... Das ist mein Baby-Punk-Zorn. Das ist mein Baby-Punk-Zorn, weil ich hasse die Map so sehr. Ja, aber ich krieg... Nur, dass die keine Schokolade aussieht, wie so eine scheiß... Baby-Pfarrstrecke. Das ist so früh... Na, das sagt man nicht. Hier sind... Baby-Parks-Anhö... Pilz rum! Okay. Bisher, easy, bisher, alles ruhig, alles gut. Ich finde es gut. Ja, ich wei... Sei doch nicht so. Sei doch mal ein bisschen optimistisch. Wieder erster, seltener. Na und raus, easy, schaffe ich. Beste Map. Sag doch, ich bin... Unvermeidbar. Egal, wie viele Baby-Parks noch kommen... Ich bin der Baby-Park-Profi... Ja, weiß ich. Wie viel habe ich eingestellt? Acht, ne? Dann kommen... Zehn. So viel Baby-Park... Ich glaube, da wird noch welche doppelt gewertet. Oh boy. Also in Ordnung. Ich kriege meinen... Skill da rein. Dann werde ich immer besser im Baby-Park. Ich meine, man muss ja nichts machen, außer im Kreis fahren. Ich wüsste auch nicht, wen es hier noch aus der Community gibt, der noch mitspielen könnte und nicht Baby-Park wählen. Vio Baby-Park, Niki Baby-Park, Lamia Baby-Park. Ohne Scheiß, es gibt einfach keinen Menschen, der jetzt sagen würde, also Baby-Park wäre doof, ich finde es nicht wählen. Es wählt einfach jeder. Was ist los? Was ist mit dieser Map? Gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der mit mir Baby-Park verflut? Hey, das ist ein Aufstreuern. All die Menschen da draußen. Teilt das. Ähm. Man gibt es nicht mehr. Ich suche Menschen, die Baby-Park hassen und immer machen. Kassieren. Ich brauche eine Baby-Park-Park-Community. Brauche ich, ich kann man, ich glaube, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich ist jetzt kaputt. Hier ist noch Garantie drauf. Wollen wir nichts weiter? Wer ist überhaupt erster? Was? Wer ist überhaupt erster? Hey. Ich sage doch, der ist nur da. Oh, dann sind die Büsche. Alles gut, wer bittest. Na genau, bleib da. Erster, easy. Ich sag doch. Easy. Ohne Scheiß, wer findet das so gut? Das ist so gut. Aber ist aber auch gut. Ich meine, Vampirtis ist auch immer eine Zeit lang vorne und dann hole ich ihn einfach auf. GG. Ich sag doch, ich habe langsam das Gefühl, ihr spielt gar nicht mehr. Ihr lasst mich einfach gewinnen. Und wählt nur noch Baby-Park. Einfach damit ich Baby-Park. Warum hasst ihr mich so sehr, ey? Wieso hasst ihr mich? Boah, ich habe irgendwann aufgehört, bei 37 zu zählen. Ich habe aber Angst, dass du sie bannst. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hä? Ich bräuchte so eine Statistik extra für Baby-Park, einfach wie oft. Wahrscheinlich steht schon als Lieblings-Map, weil ich die immer fahre, weil irgendwer die auswählt. Start mal Lieblings-Map Hyrule-Piste. Und jetzt kommt ihr, ey. Ihr macht mir eine ganze Statistik kaputt. Hier, Kotenzykle spielt ja auch Mario-Kart, sie möchte mitspielen. Ähm, wahrscheinlich nächstes Mal. Ich hoffe, na, das ist noch so, das ist noch mal die letzte Auffassung. Und Shane, Shane hier, ne, du siehst, was Baby-Park, ne, das, das ist nicht cool. Ne, also, ne, damit auch du Bescheid weißt, nächste Woche, ne, oder wenn du mitspielst, kein Baby-Park. Das ist, ähm, das ist, das muss sich in den Regeln festhalten. Alles, was passiert, was passiert, bleibt in Mario-Kart. Und Baby-Park ist... Nein, não, nein, 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 nein. Ah, damit, oh Gott, oh Gott. Alles gut, alles gut, mir geht's gut. Weg damit, gosh, nein. ich hab die tausend das ist aber die letzte runde es ist easy baby park anhänger das kann ich glücken hey jane ist auch baby park anhänger es ist jane ich hatte hoffnung du hast mir warum zerstörst du mir meine hoffnung meine hoffnung und träume mein herz ist bröckelt unter euren bibi druck ja sarah halb und harley sehr schön jawohl da hier ne ihr dürft bleiben nein das ist ich laber trotzdem nicht nein ich bedanke mich vom ganzen herzen dass ihr mir gnade walten das scheint ja das solltest du jetzt nicht im voice sagen nein das ist ein ich nehme es einfach als danken das support dann um mir meine meinen seelenheil für die letzten paar runden noch mal oder finde ich diese ich meine natürlich aber zumindest äußerst schön wie es für diese punkt im apple ist auf der anderen kann ja da kannst du ja bei uns öfters hat ein bremster mehr stellen wie machst du es im babypark kommst du da jetzt habe ich meine hupe dafür hast du nicht ich auch nicht keine ahnung ich weiß oh rachel komm schon oh rachel hat mich gerettet dankeschön dafür das ist was daneben das koffer koffer entweder du packst deine koffer und gehst oder du packst deine koffer und fährt oder wie war das da gab es da irgendetwas so lustigen spruch keine ahnung gibt es irgendwie aus so oder bremsen ist was für babys aber auf babypark passt das ja weil bremsen auf babys für babys im babypark Mitarbeiter 네요 ich bin ein iger er 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 ist das schön wieder so richtig schön zu fahren seht ihr guck mal da ist recht dieses rad da war eine schöne ampel das fällt einem gar nicht auf man weiß das gar nicht zu schätzen wenn man so eine schöne map fährt weil man vorher drei stunden vor deswegen aber jetzt muss man sich einfach mal genauer umschauen und sehen dann weiß man nicht so was wie die süßen schei geist was ist bei bb parkform wer singt vorne wippelt ist eine schade wenn jetzt jemand hinter haben wir noch eine redschel nein nein ich habe nur eine immer kurz ich weiß dass ich mich ich habe gerade hat mich voll aus dem konzept gebraucht hat blöden schei mich einfach abgeworfen voll gerne ja wo bist du so kann es auch bleiben wir bittes es ist nicht mit sachen und als ob du die jetzt hast ja genau knall mich noch mit den redschelts ab von mir mit meinen eigenen redschelts ja genau drücken der redschel rein und fragen mit fast und nun im brut egal noch und wohl 1 und jetzt ist Das wäre geil! Oh, sehr schön, sehr schön. Also, ich muss gestehen, hätte Vipetus keine Feuerbälle geworfen, hätte ich wahrscheinlich nicht mal eingeholt. Daher vielen lieben Dank, Vipetus, für deine feurige Wut! Nee. Kriegst du nicht. Löffel, kriegst du nicht. Nee, gar nicht wahr, weil ich habe mir gemerkt, dass gerade die Zelda-Strecke gewährt hat, aber die kam nicht dran. Das weiß ich da, weil ich mir gewünscht hätte, die werde reingekommen. Zelda-Strecke, Hade. Bock mit dir. Oh, ist kalt, ey. Hi, Sarah. Fass auch noch mit. Gut, weg, weg. Nein, 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 nein. Nennt so weg, man ist gemein. Wenn ich die Abkürzung sagen. Oh, netter Versuch, netter Versuch. Aber nicht mit mir, weil es wird jetzt. hallo ist schon vor mir verdammt mich hat sie gerade getroffen doch 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 ja wenn ich muss ja schon ehrlich sagen wir sind selbst jetzt gehen selbst jetzt wird es keine ahnung wer ist eigentlich ja Ja. Warum? Ich habe die Whippages vom Hals gehalten. Nein, im Falsch habe ich noch gedauert. Vielen lieben Dank, Zahra, für die Blue Chef. Vielen lieben Dank. Finde ich nett. Das war Teamwork. Ich sage euch, diese Teamspiele sind gut. Ich muss gar nicht mit euch in einem Team spielen. Das geht auch so. Erst hilft mir Whippetes, jetzt Zahra. Ich baue hier gerade im Geheim, geheime Bündnisse auf. Immer wenn Harley gewinnt, dann suche ich mir ganz schnell so geheime Bündnisse. Das sage ich nicht. Animal Crossing ist auch schön. Hyrule ist schön. Animal Crossing ist schön. Ja, eine gute Exidebike ist glaube ich die Babypark für Erwachsene. Jawohl, Animal Crossing ist sehr schön. Ja. Das sage ich nicht. Oh, das war so friedlich und dann kommt Whippetes und macht mein Panzer kaputt. Ey, das war so friedlich, ne? Man hatte hier schon Animal Crossing Stimmung und... Ja, man merkt, Whippetes mag kein Animal Crossing. Komm, ich bin ja. Dann. Das war gerade so still, ich musste irgendeinen Quatsch erzählen. Und ich dachte, das war wieder weg. Whatsapp. Und ab. Alles gut. Machen wir wieder an der Schule, ne? Bei den Nachrichten einfach vor den... Nein. No, ich wollte gerade einen Kiel schnommen. Moment mal. Achso, falscher Link. Ich habe gerade mich gefragt, warum... Whippetes vor mir ist, aber... Ich bin trotzdem erster bin, aber... Das war Harley. Damit... Keine Ahnung, wenn du die... Whippetes hat von den Bettlern gelernt, die ihn immer antreffen, glaubt mir jetzt die Münzen, ey. Oh, ein Pilz. Einfach so random geschenkt. Dankeschön, egal, scheiß auch. Boots. Nochmal einen Burschen da hinten. Ne, ne, Grinch, ja, ich kann keine Blue Shels da hinten werfen, aber... Buch? Nachricht, es gibt einen Eintrag ins Klassenbuch und einen Brief an die Eltern. Haha. Begutaten, ich mach mir einfach mal. Ne, 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 ne... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020